Vor knapp neun Monaten kam James Middletons Sohn auf die Welt. Nun teilt der stolze Vater einen süßen Schnappschuss von seiner kleinen Familie. James Middleton, 37, der jüngere Bruder von Prinzessin Kate, 42, hat nach einer sehr schweren Phase in seinem Leben mit seiner Ehefrau, der Französin Alizé Téphanie, 35, und seinem Söhnchen Inigo, neun Monate, endlich sein Happy End gefunden. Grund für sein emotionales Tief war der Tod seiner Lieblingshündin Ella, der er deswegen sogar sein Buch Meet Ella, The Dog Who Saved My Life gewidmet hat. Auch in seinem jüngsten Instagram-Post ist Ella ein Thema, auch wenn man erst mal nur Augen für den zuckersüßen Inigo hat, der auf dem Foto in einem blauen Strampler von hinten zu sehen ist. Aufnahmen von Prinzessin Kates Neffen gehen ans Herz. Der stolze Papa postete einige Fotos von seinem Sohn und seiner Ehefrau Alizé, wie sie in einem Park gemeinsam mit den Hunden die Sonne genießen. Darunter schreibt der Schwager von Prinz Williams, 41, Ich wünschte, solche Momente würden für immer anhalten. Weiter erklärt er in der Bildunterschrift, dass seine Hündin, die leider zehn Monate vor der Geburt seines Sohnes verstorben war, der Grund für dieses Foto und damit sein Familienglück ist, denn sie spielte damals Verkupplerin zwischen ihm und seiner Frau. Klingen wie der Beginn eines romantischen Filmes. James Middleton verdankt seine Liebesgeschichte seiner Hündin Ella Lastes mich erklärt, schreibt er weiter. Ella machte mich damals mit Alizé bekannt. Ein paar Jahre später heirateten wir und dann kam Inigo ein bisschen später. Ella und Inigo haben sich nie kennengelernt. Aber Ella ist jeden Moment bei uns. Also wäre es nicht für den Moment gewesen, könnte ich nicht diesen Moment aufnehmen. Die Liebesgeschichte von James und Alizé hat er tatsächlich Ella zu verdanken. Denn wie er im Telegraph erzählte, lernte er seine zukünftige im Jahr 2018 in einer Bar in London kennen, wo seine Hündin sie angesprungen hat. Als er hinüberging, um sich zu entschuldigen, kamen die beiden ins Gespräch und es funkte direkt. Nur ein Jahr später verlobten sie sich. Heute lebt das Ehepaar mit ihrem kleinen Sohn und sechs Hunden auf einem großen Anwesen im malerischen Barkshire. James Middleton steht seiner Schwester Kate in schwerer Zeit zur Seite. Ob da auch manchmal Kate und William zu Besuch sind, ist unklar. Doch dass die Geschwister zusammenhalten, beweisen sie immer wieder. So war es Prinzessin Kate, die ihren Bruder dazu ermutigte, öffentlich über seine Depressionen zu sprechen. Und auch James hält seiner berühmten Schwester immer den Rücken frei. Nach Bekanntwerden ihrer Krebsdiagnose teilte James ein rührendes Statement auf Instagram, um ihr Mut zu machen. Er weicht ihr in diesen schweren Zeiten sicherlich nicht von der Seite. Über die Jahre haben wir viele Berge zusammen bestiegen, schrieb er. Als Familie werden wir auch diesen mit dir erklimmen.